Nee, hab ich nicht. Mit dem hier? Kontrollpunkt Ruhestadt. Haben wir den irgendwo auf der Map? Was ist das denn? Aus Rötchen? Aller als Anwesen? Clarks? Okay. Ein Walters Traverne. Ein Gasthaus. Ein Versalengilde. Ein Philips Gemischtwarenladen. Wollen wir das da noch eben machen? Also ich würde mir gerne den Großen da an... Oh. What the hell is that? Zielkristalle. Die Verwendung eines Reisesteins wird dich augenblicklich zu einem Zielkristall transportieren. Zielkristalle sind permanente Bestandteile von Städten, aber du kannst auch deine eigenen Zielkristalle an Orten deiner Wahl platzieren. Du kannst bis zu 10 Zielkristalle gleichzeitig an verschiedenen Stellen in der Welt platzieren. Einmal platziert kann ein Zielkristall entfernt werden, wenn du ihn woanders hinlegen möchtest. Du musst mindestens einmal mit permanenten Zielkristallen in einer Stadt integrieren, bevor sie als Reiseziel verfügbar werden. Okay, jetzt Zielkristalle. Da. Nee. Großer Riftstein von Vermont. Macht das irgendeinen Unterschied? Nö. Wenn du den Riftstein betrinkst, kannst du die Beschwörungsfunktion... ...und die Döpfchen freigestellt, denn die Döpfchen ist nass. Okay. Und was ist das hier? Ach, Grüße. Ah. Okay. Pleasure doing business with you. Okay. It takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Browsing was enough to scratch the itch in... ...my case. Reisestein für 10.000. Okay. Laterne voll. Mit Grasmuster. Oh, die sieht eigentlich geil aus. Okay. Dann können wir jetzt mal wirklich auf Reisen gehen. Wollen wir noch mal eben gucken. Helbe. Außenposten der Grenzwache. Words fail to capture the oar I feel standing atop this bridge. Built with the people's blood, sweats, and taxes, no doubt. We'll be right back. Verse. So gots. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Harbchen greifen den Turm an. Okay. Okay. Oh. Whoa. Whoa. Nice. So. Wo wollten wir hin? Äh, Auftragsliste. Ah, super. Ja, das hatte ich vor. Ich will den nicht angreifen. Ja, klar. Okay. Okay, was kämpft die? Okay. Oh, faulig. Ups. Okay. 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 Ja, der Troll ist immer noch unterwegs. Ja. Rende eine Bergbuche. Oh. 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 So, mit den neuen Waffen wird das doch schon einfacher alles. Alter, die Ball hat da auch immer drauf. Oh. Oh. Wo sind noch welche? Da. Oh, was ist das denn? Oh. Giftschuppe. Nice. So muss das. Zackter Knochen. Oh. Hier kann man auch mal sammeln. Kobalthorn. Äh, Kobold. Was war denn hier? Äh. Die Truhe können wir noch mitnehmen. Ui. Neid, ich... Kacke. Okay, oh, guck mal. What are those? Oh, wir haben eine Spitzhacke dabei. Silbererz. Oh, nice. Rinder einer Bergbuche. So, da hinten waren ja diese Explosionsfächer. Kann ich die werfen? Also, ich... Also, ich bin echt gespannt. Ob wir... Das Explosionsfass... Ich hätte besser zielen müssen. Also, mit dem Schwert bin ich dann doch besser. What the fuck? Ach, Gott. Die Frau erschreckt mich jedes Mal. Schöber, schöber, schöber. Das war ein schneller Tod. Hey. Wie wirft er mich mit einer Fackel ab? Schöber, schöber, schöber. ich weiß so kann ich das hier zweihänder vulkanische melodie oder melodie okay das sieht noch um wow Wow. Okay. Aufstieg. Stufe 12, das freut mich. Sorry. Aber ich will gerne. Weil dann gibt es so Sachen wie Silbererz. Oder Kupfererz in dem Fall. Und Truhen. Das müssen wir ja alles mitnehmen. 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 So. Und noch mehr Silber. Oh. So. Wo kommen wir hier hin? Oh. Schöneis. Schön Silbererz erhalten. Oh. Oh. Dankeschön. Oh. Bisschen Haut. Gut. Nice. Ah. Okay. Es gibt sogar eine Map. Das finde ich nice. Was ist das denn? Okay. Und als Belohnung gibt es eine Truhe. Ring der Abkühlung. Ring der Abkühlung. Ring der Abkühlung. Feuerangriff erlitten. Geben Kyra. Geben Kyra. An unlikely location for a path. Mayhapit leads to a hidden hoard of treasure. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. So. Ich will die gesamte Map natürlich entdecken. Und dann muss man natürlich auch mal gegen Wände laufen damit man den Rest erkundet. Verwägter Zweig. Pick up every little thing you find and your pack will soon outweigh you. Ja ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das ist Teil und Partei. Der'. Der. D. Der. Ja! diese nervigen Viecher oh Laufbahnrang Stufe 5 Kyra Laufbahnrang Stufe 5 geil so jetzt hier oben noch erkunden vielleicht den nicht abschießen aber dann können wir hier unten lang oh Gott oh das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen das brauchen wir nämlich okay dann wollen wir da unten lang gehen we're going this way now I suppose by your will perhaps the arisen has recalled some more pressing business fret not I'm sure we'll come back to this so ich will hier rechts noch lang hier einmal gegen die Wand laufen bisschen was erkunden dann müsste ich doch hier eigentlich durch oder da muss ich hier so ein ach ich hab keinen hm hm weil hier muss es ja irgendwo hingehen aber ich hab keinen Schlüssel oder sowas ja gleich okay dann geht's wieder zurück okay dissen die sich auch noch gegenseitig so jetzt wär natürlich irgendwas nice Richtung nem Lager oder sowas dergleichen da ist ein Greif der macht mir ein wenig panisch der rei der 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 we we could pick some now und use them when the need are I've got wares of every ill Oh, fauliger Goldzahn. Hope to see you again ere long. Nothing caught your eye? Ugh, that's a shame. Let's hope there's ought worth our- The End The End The End